hallo schön liebe freunde und wir sind wieder da reine fans 13 ich versuch's mal ja diesmal ist martin am zug ich glaub und zeig mir sein awesomeness ne ich versuch jetzt erstmal hier das zu ändern dass er uns nicht so schnell drauf geht vielleicht bringt es ja was kraftreif dann brauchen wir weniger schaden aber überlegen vielleicht länger denkst du das bringt was denkst du das bringt ich hatte fünf schläben naja ich glaube es nicht aber die müssen ja irgendwie packen überspringen es mal das hat man doch schon da tue ich doch hier siehst es nicht gut jetzt aber überspringen das hat man auch schon ja ab weg ach doch springen brauchen wir nicht rein kam mach ich aber ich glaub dann kannst du schon dings machen das muss doch viel schaden das bringt schon die 50 leben wollen wir noch gar nicht so viel haben ja komm dann kannst du aber auch schon wieder zurück machen alter ich kann nicht stoppen jetzt ich kann nicht stoppen jetzt du bist auch gescheitert du bist auch gescheitert das gibt es doch nicht ich glaube du kannst bei dem kampf erst mal auf grüner dings lassen oder ja ich verstehe das nicht wie gehen wir das so schnell drauf wie ich das erst mal durchgespielt habe kann ich mich nicht erinnern dass ich das so abgekackt bin aber was soll man machen werden wir haben keine kristallpunkte mehr bei snow haben wir schon alles verballert was geht kann man hier irgendwas ändern die ist natürlich die ist natürlich verteidiger kommt es auch nicht ne bringt daran gar nichts äh kann man das irgendwie wieder löschen nein dann ne kann man nicht mehr löschen ach jetzt hab ich Sturmkommando Sturmkommando ist wirklich praktisch wenn du welchen auf maximalen Serienbonus hast 999% mit zwei Brechern nämlich das so verlangsamen dass du halt wirklich lange den hohen Schaden austeilst aber so weit musst du erstmal kommen bevor du mal drauf gehst Alter ich verstehe nicht wie wir den packen jetzt sollen ja ich meine nur lass auf grüner Tilt sit weil nach zwei Schlägen sind wir down einfach ja weil die ich glaube nicht dass die äh vanille einen so schnell heilen kann nach dem denkste aber irgendwie muss man das ja packen das gibt's doch gar nicht warum schreibt der Mami jetzt ganz nett da dran ich hab das nicht so schwer in Erinnerung aber dann ja das ist dann wenn hier muss ich noch 1 so bam Hä? Hab der Snowman letztes Mal nicht wirklich provoziert, oder was? Diesmal haben wir das Lock überlebt. Wollen wir zu schnell, oder was? Ah, Schock. Sehr gut. Er ist voller Trainer drauf. Er ist voller Trainer drauf! Hm, irgendwas haben wir auch falsch gemacht. Vielleicht haben wir wirklich so schnell die grünen Teleut weggemacht. Okay. Ich weiß auch nicht. Aber wir haben uns echt zu blöd dran gestellt. Das gute, am Anfang die Gegner, die sind im Schockzustandbar und fast gar nichts mehr. Der greift nur noch Snow an im Moment. Ja, weil der provoziert hat, die Aufmerksamkeit sozusagen. Dann lenkt man sich dann auf sich. Der hat ja auch das meiste Leben, also ist das schon praktisch. Ja. Oh, scheiße, jetzt schon wieder. Da kommt ja, heilen einmal die Snow. Ja, heil den mal hoch. Jetzt packt er wieder seine Kanone aus. Ja, guck mal. Oh, Schutz. Hat der jetzt eh. Wenn er seine Schutzding macht, dann kriegt er noch weniger Schaden. Oh, oh, oh. Das ist gar nicht so viel Schaden. Komm jetzt hier, zack, bang. Und zack, ist es da oben. Du kannst ja aber auf Sturmkommando gehen. Das ist, wie gesagt, das bringt es so lange nicht, so lange der Schock schneller steigt durch zwei Verheera. Das bringt es erst, wenn du halt wirklich den Schaden nicht mehr weiter hochführen kannst mit Verheera. Dann mach mal Sturmkommando. Okay, jetzt ist es dauernd. Okay, ist doch möglich. Und fünf Sterne. Na, ich weiß nicht, was los war. Ja, wir haben einfach zu schnell Partik, wenn wir alle sind. Ist du weg? Wir wollen auch Sarah helfen. Aber ohne Tools können wir für Tage schlafen. Die Armee sind auf unserer Straße. So, für jetzt, wir müssen weitergehen. Für jetzt. So, ich habe sie einfach abandone und schüttet mich selbst? Was ist dein Fokus? Was ist passiert, wenn sie zusammenbinden und schüttet die Welt? Ist das nicht was du geplant hast? Jetzt willst du alles vergessen und sterben hier? Snow, du bist nichts, aber sprach. Hm. Das liegt an der Umgebung. Hm. Hm. Dito stand da. Gut. Trennen die sich jetzt? Ja. Verpisst euch. Kiddo. Oh, no. Oh, no. It's okay, Hope. Light will take care of you. We'll meet again. Yeah, count on it. I'll get you out of there. Then grab a few days. No, that doesn't take much. New formation. Oh, that's right. We don't have Snow anymore. See, now we can see a lot here. The story. Just in words, what we've already experienced. Just a quick description here. That's so much. Every time you are so much. Until you are done, I've read it for a few hours. No, let's do it. Let's do it again. That's right, we have a strong enemy. Okay, 91. But one is already going. I don't do that for one. What? Okay, as you want. Where is it going? That's right. That's right. That's right. The camera is really weird. The 2 is better. The camera is... The camera doesn't like me. It's so weird. It's not precise. Yeah, he already survived. Oh, that's right. Then he's going up again. Yeah, he's going up again. No, he's going up again. Oh, he's going up again. That's right. Oh, this is really a good thing, man. Bam. Bam. They're not too much. So they don't. If they're so shocked. They're only too shocked. Schock bringt so viel. Echt mal, das ist... Das ist so P. Es ist kein Wunder, dass es immer halt steht. Stark gegen den Schocks war es als ein großes Primärziel. Jetzt ist es kaputt. Geschockt. Bam. Alles klar. Und das ist was ich spreche. Ja, was dreht, keine Ahnung. Ach, bei denen kriegt man sowieso keinen Präventivschlag. Aber die sind so schwach. Naja, aber manche Gegner kann man sich einfach nicht dran schleichen ohne einen Pländer. Ja. Weil die einfach so ein Sichtradius haben, das Wort bemerken. Ja, fast 360 Grad, kann man sagen. Kaputt. Tot. Sogar nur einen Schlag gebraucht. Hättest du abbrechen können? Oh ja, hätte ich. Aber man weiß das immer so. Ach, das hat sich doch abgezeichnet. Hat sich das? Und jetzt? Gucken wir auf die Karten nochmal. Ich glaube, unten ging es nicht weiter. Ja, genau. Das ist ein riesenlanger Weg. Komische Fahrt. Jetzt gehen wir da runter, okay. Riesen. Zwei Drohnen, aber immerhin. Was die Schluchtengebilde sichern. Ja, aber zwei Drohnen immerhin. Naja, das lohnt. Naja, je nachdem was drin ist. Scheiß drauf. 42 Jill. Immerhin warst du mehr als bei den letzten Malen. Ah, der neb. Neue Waffe, meine ich für Dings, Sass. Bin ich mir relativ sicher. Naja, das ist schlecht. Stimmt, das hat was. Hat mehr Magie. Ja. Braucht der Magie? Ja, der ist ja Verheerbar. Ja, dann macht das. Du hast halt Angriffskraft vier Stück mehr. Oh, zehn weniger Magie. Hm, das stimmt. Ja, so gut. Zick. Wow. So hochlaufen, sieht das echt verdammt steil aus, dass die da nicht ausrutschen. Stimmt eigentlich. So, nach unten sah das gar nicht so steil aus, hündig. Vulva, Vulva. Und die hat einfach da gewartet, okay. Also macht mal's. Alter, ey. Es ist endlich schrecklich, wenn du runterkriegst. Wir sollten unsere Läge finden. besser die augen zu ja das ist auch ein bisschen viel dort der hell er kann es sein dass das heißt ich hatte ergeben hat das scheiß kamera grüner dings hey mein stummkommando ist weg okay geht gar nicht bei denen ich glaube die haben beide keinen brecher aber wir haben jetzt grüne front und strill glied weil wir keinen verteilte mehr drin haben verheiratet hier wo sind die anderen weil man nur noch der eine da hier relativ gut jetzt grüne front ist echt praktisch zwei die schaden machen einen unterhalt damit kannst du die meisten gegner schon bis schwingen er wird verkalt da was für eine scheiß kamera das war doch noch m noch mehr gegner hier ja noch mal ein paar frische ob das noch zählt ich weiß nicht ja geglaubt wow angriff ach gut das sind ach die sind schwächer das sind schwächere version naja der ist nur der eine und etwas stärker das hinwarte ich so schnell weg 1 2 zack ja aber warum sind die stärkeren zuerst und jetzt die schwächeren es gibt keinen sinn keine ahnung stinklauge ohne komponenten ich guck mal gerade was ob die anderen kammern besser wäre aber da kameransicht rolle standort nee dual alle investieren bewegt nee warte kamer nach unten nach oben ist nach unten das ist doch schwachsinnig das denn unterschied zwischen denen noch mal der kirche wird ich kapiere das nicht das auswählen ach so das ist noch mal das sind vier optionen nach so richtig auch nach oben nach links dass noch unten ach so alle wie schwachsinnig das denn duale Invertierung. Da wächst du nach oben nach unten und nach links, nach rechts. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Das tut da das... Bullshit. Nach oben nach rechts. Standard. Standard, echt mal. Besser. Gott, das wäre auch mal geklärt. Hm? Boah, ich hab hier das am Anfang nie. Hm, hm. Hm. Ich konnte noch nicht mit ihm reden. Du wirst nie überrascht, wenn du nichts sagen kannst. Hm. Die Worte werden nichts ändern. Und wenn wir uns treffen, wird er genau wie ich fühle. Okay. Was ist das? Ah, kann man was untersuchen. Hm. 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 Da oben sind noch Gegner. Ja, die haben wir irgendwie übersehen. Keine Ahnung. Ah, du bist halt zu dem Dings gerannt. Fast. Fast hätte ich es geschafft. Ja. Kurz davor. Egal. Die machen wir Platz. Scheiß, schwach sind die. Bam. Schock. Kabam. Bam. 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 Kaputt. Fertig. Ist einfach das. Schwert immer so zusammenklappt. Ist schon cool irgendwie. Ist es praktisch. Ist es praktisch. Du willst ja ne. Noch mehr Komponenten. Machen wir das noch. Ja, komm. Mach mal. Ja, aber auf den Tischschlag muss das gehen. Jo. Bam. Das ist direkt alle auf einmal. Alter, sind das. Was? Wie viele sind das? Was? Wie viele sind das? Die Roten sind die Schwachen. Aber das sind noch ein paar Starke dabei. Also Dings. Scheiße. Grüner Dings. Alter, das dauert zu lang. Puh. Knallt da. Das ging jetzt aber ganz schön schnell. Die Roten sind schon schwach, aber die. Das sind nur drei Starke. Ah, das sind nur noch die Starken. Übrig, die Roten sind schon weg. Das sind Karten und die Roten habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wie die heißen. Aber so ein Highlight ist schon praktisch. Könntest glaub ich nochmal umstellen, oder? Kannst du? Soll ich mich das wirklich trauen? Könntest du denn nicht machen? Ja, passt. Jetzt nur noch eine. Ja, passt. So, jetzt muss er dort sein. Oh. Was hat er geschockt? Oh mein Gott. Nur vier Sterne, Stefan. Hm. 45 Kristallpunkte. Das sind so schlecht. Oh, jetzt muss man... Oh, verdammt. Jetzt ist die Zeit schon eigentlich wieder rum. Es geht so schnell. Au, ach. Ich geh noch grad hier durch, durch das schöne Turn. Von Speicherpunkt, verdammt. Oh, dafür alter Volle. Ah, perfekt. Passt perfekt. Verabschiede dich mal von unseren lieben Freunden und gewährten Erden zu schauen. Ja. Auf Wiedersehen, Erdlinger. Ja. Schöne Grüße von Cocoon. Cocoon, genau. Ja. Cocoon meldet sich ab. Bis zum nächsten Mal, ihr Erdlinger. Tschüss. Tschüss.